Musik Einen wunderschönen guten Morgen miteinander! Bonjour! Buongiorno! Herzlich willkommen zu der Kircher Innovation Days 2023 hier im Zug am Zugersee. Heute gilt volle Fahrt voraus. Was das heisst, zeige ich euch sehr gerne. Kommt mit! Hier sind wir gerade auf der MS Rigi angekommen, ein cooles Schiff auf dem Zugersee. Die Kircher Innovation Days ist die Fachtagung für den Fachhandel Schweiz. Mit denen verbringen wir heute einen Tag, stimmen uns auf Neuheiten von nächsten Jahren und stärken unsere Partnerschaft. Ich habe Sebastian Steiner bei mir. Wir stehen hier zusammen im Steuerhaus. Sebastian, was ist an diesem Event für dich wichtig und deinem Team in Zusammenarbeit mit unseren Händlern? Für uns sind die Innovation Days sehr, sehr wichtig und der Austausch mit unseren Fachhändlern sehr wertvoll. Geht uns ein bisschen das Gefühl, ob wir hier auf dem richtigen Kurs sind. Wir wollen mal schauen, ob die Händer den eingeschlagenen Kurs gut finden. Das nimmt mich Wunder. Salut Cédric! Hast du einen Aslan für mich? Oui, bien sûr! Cédric, an den Innovation Days. Welchen Produit favorit hast du? Alors, mon produit favorit, c'est la nouvelle HDS avec son nouvel enrouleur, que je trouve super pratique. Et une magnifique machine karcher. S'a me plânt, merci beaucoup! Et bon succès! Ciao, ciao! Lucchi, wieso kommst du gerne auf die Innovation Days? Ich komme gerne hierher, weil es immer viele Neuheiten hat und weil die Karcher für uns eine wichtige Marke sind. Cregor, was ist dein persönliches Highlight der This-Year-Innovation Days? Nebst den ganzen neuen Produkten natürlich das Zusammenkommen mit allen anderen Händlern, mit euch, mit dem Karcher-Team von Zürich. Das ganze Netzwerken ist unheimlich wichtig. Sehr cool! Merci vielmals! Hey, gerne! Bis bald! Ja, wir haben ein paar Stimmen gehört. Ich glaube, der Kurs stimmt. Und das ist der Grund, weshalb wir Innovation Days machen. Zwei intensive, aber sehr tolle Tage liegen hinter uns. Zusammen mit dem Schweizer Fachhandel haben wir die Fachsimplätze und uns über unsere Neuheiten unterhalten. Und etwas darf ich sagen, wir sind ready für nächstes Jahr. Ich wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende und sage Tschüss, Salut, Ciao, Happy Weekend! Und wieder Los! Tschüss! David, wir sehen uns bald vor, weil ihr verm 문제가